Das kann ich wie der Typ das schafft, zwei Shotguns gleichzeitig nachzuladen. Ja, der hat da so spezielle Ellbogen-Gelenke. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug! Konstantin, ruhig! Ganz ruhig! Jetzt ist die auch da drauf. Ha! Autorisierter User akzeptiert! Gute Fahrt! Es liegt ein Pimentotaco ein! Pimentaco! Im Handschuhfach! Aha! Cool! Fordere noch ein Fahrzeug an! Okay. Ja, wer fordert jetzt an? Wer hängt da jetzt grad drin? Ich! Ich verdoppele! Ja, es gibt ja eh nur die... Ach nee, du zuerst, Simon, weil... Was? So, bei dir sieht man das. Okay. Äh... MG oder Raketenwerfer ist jetzt frage ich mein... Ach, wenige. Wir können uns ja... Eben. Ich hatte dich was von nimmst. Äh... Frau W? Ja? Wie viel Damage macht deine Schrotflinte gerade? Äh... So. Der Raketenwerfer ist für Konstantin. Was? Wo ist ein Raketenwerfer? Auf dem zweiten. Achso. Nee, es gibt einen Schützenplatz, deswegen. Ja. Ein echter Charmeur. Also wer von euch fährt? Du solltest dir jetzt an jeder Catcher-Ride-Station ein Fahrzeug besorgen. Denk mal... Also ich kann, wo wir fahren und schießen, also... Whatever. Ja, Konstantin. Wollt ihr beide fahren? Oder dann... Ich muss jetzt mal gucken, wie der Schützenplatz aussieht. Kann mich auch in den Fahrersitz setzen, ist genau. Ich hatte eigentlich nicht... Ich hatte eigentlich selber vor, aber mal gucken. Na, okay. Ich bin zufrieden mit meiner... Komm, fahr mal. Komm, fahr. Nee, zu spät. Nö, nö. Konstantin. Das ist jetzt mein Platz hier oben. Du hast'n Raketenwerferlieb gewonnen. Okay, ich fahre. Wenn ich das hinkriege. Ja, wenn du's nicht schaffst, dann wechseln wir sofort. Kein Problem. Jetzt wissen, wo's hingeht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der... Boah. Soll ich lieber fahren? Das sieht mal so aus. Maybe. Steuern ist echt. Ja. Ja, ich fahr. Ey, man muss hier runter, ja. Man steuert mit der Maus, das ist das komische. Ja. Finde ich recht böse. Fahr erstmal weg und... Nee, ich bin schon längst ausgestiegen und so. Hi. Ja, komm wieder ran. Hast du nicht. Sonst. Ja gut, dann fährst du einfach. Warte. Du hast gerade eben gesagt, dass du nicht fahren willst. Ich glaube, man kann ja viel wechseln jetzt aus, aber darauf noch nicht. Okay. Moment. Achso. Ja, das... Ich dachte gerade, dass hier... Das abwechseln. Also, dass wir... Die Fahrer fahren. Du musst ja lernen, ne? Ja, aber... Anfahren. Ich könnte den Roland auch nicht aufmachen. Weiß halt nicht, wo wir hin müssen, genau. Genau. Über die Brücke rüber. Achso. Einfach mal mit Anlauf. Was? Nee. Ich glaube, so viel Anlauf braucht man gar nicht. Ich glaube, man muss nur richtig fahren. Nein. Okay. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Sehr gut, von wegen. Ja. Ich bin schon richtig froh, dass ich hier das Fahrer habe. Ja. Weiß. Konstantin. Tu wenigstens, als würdest du fahren können. Du musst doch Anlauf fahren. Okay, so. Juhu. Juhu. Dann leide ich ganz der Typ die ganze Zeit. Geht doch auch in die Luft. Ja. Ich weiß schon, ob hier irgendwas anderes ist. Zu spät. Boah. Hier kommt ein ganz voran. Decent. Alter. Was geht denn hier? Meh. Ja. Fahr nicht einfach weiter. Ich konnte ihn. Ich konnte ihn jetzt gedacht sein. Ja. Und ich... Ich bin in der Fahrstelle jetzt zum Kauten geschehen. Ich steig gleich bei Simon ein. Oh shit. Wow. Ja, dann haben wir das Auto drauf. Das ist nicht angenehm. Wir würden jetzt ziehen. Ja. 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 Ich konnte ihn nicht benutzen. Ich bin nicht gut. Ich hab den Tag nur wieder rausgelegt. Ja, dann bin ich gut. Ich hab den Tag nur wieder rausgelegt. Oh. Ich hab den Tag nur wieder rausgelegt. Ich hab den Tag nur wieder rausgelegt. Nein, ich muss nicht mehr gehen. Jetzt mal noch ein Geld. Ja, hab ich. Kram von der Hand hin. Ja. Kann ich nur du aufstehen? Ja, dann geht's. Ja, ich meine, du kannst aufstehen. Dann kann man nicht aufstehen. Ich bin froh, dass ich bei Simon eingestiegen bin. Ja, ist fertig weg. Ich bin froh, dass ich bei Simon eingestiegen bin. Oh, hey. Vorsichtig. Ich. Hey. Ein Eis lang lang. Da Musto viel besser hier. Alla hin. summoned nicht mehr. Ich kann dir immer wieder. Mann, das war nicht. Nein, das war nicht. Wir sollen nach Sanctuary. Das ist da geradeaus durch. Okay. Erster Start. Wummelt man sich die erste Start in den ersten. Ja, ist es. Ja, geil. Aber da sollen wir eigentlich hin. Egal, es ist da irgendwie. Ich meine, es steht hier, fängt ja hier raus. Von daher kann es schon nicht so falsch sein. Kommen wir jetzt auch wieder die Skagsmusik dazu. Oder Mongols. Was? Mein Fahrzeug ist episch, ich höre ich nicht. Nein, wir werden nicht Fahrzeuge tauschen, weil diese Kanonenteil scheiße ist. Das ist noch Klingwerfer. Ja, eben. Das Ding. Konstantin. Ja, ich bin auf dem Verfahren. Jetzt schon. Das ist noch nicht A, ja. Mit E steigt man aus. Okay. Ja, dann... keine Ahnung, Kram ansammeln oder nicht, oder? Ja, Kram ansammeln tust du schon beim rüberfahren. Ich ja nicht. Ja, deswegen meinte ich ja, ob du jetzt den Kram einsammeln oder aussteigst und... keine Ahnung. Wir sind immer in den Fraffen-Boxen. Ach, das ist ja hier drin. Ja. Ja, Leute, ich meine, glaube ich, Waffen getroffen, richtig. Ja, genau. Zum Beispiel auch ein Sniper. Sicherung und ein Sniper. Ich muss jetzt mal kurz die andere Waffe ausrüsten. Waffen! Wundervolle Waffen! Welches Level haben wir gerade? Sieben, ne? Äh, ich glaube schon, ja. Okay. Ja, also zumindest kann ich Level-7-Waffen kaufen. Ja, ich kann auch Level-8-Waffen kaufen. Ach nee, die werden aber rot angezeigt, ich sehe es. Hm. Hm. Schwierig, schwierig. Ich habe eine Herausforderung geschafft! Bin ich gut, oder was? Dein Geld ist weltlos, wenn du es nicht ausgibst! Ah, hier ist noch eine Teleport-Station auch noch. Ich will ja, glaube ich, überhaupt eine Sniper haben will. Weil die würde mich halt mein ganzes Geld kosten. In meinem bescheidenen Laden! Wundervoll! Wundervoll! Wir sind anders als der Elbe, oder? In den Läden, ja. Okay. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wie du es lebst. Nee, ich nix mehr damit, ich mag es einfach mehr. So. Hier gibt's Medi-Kits und Schilde. Ich hätte es hier. Ich verarztet dich jederzeit. Nein. Juni, willkommen zum neuen und verbesserten Catch-a-Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Kein Applaus, bitte. Ich weiß, du kannst einfach einsteigen, ja? Ich weiß. Ja. Kann ich auch zum Fahrzeug teleportieren? Ja, kannst du auch. Ja, kannst du auch. Würdest du jetzt bitte zum Punkt fahren, der ja für Karte angezeigt wird? Ja, ich weiß. Ich guck mal, wer hat das hier... Ja. Hier können wir nämlich noch kurz Kram einsammeln. Bevor wir es vergessen. Daau ich ja nicht lang. Mhm. Das kannst du leider zu jedem Ort hier sagen. Ja, ja. Kann man eigentlich das Turbo aktivieren? Das, den Turbo. Shift wahrscheinlich. Soweit ich weiß. Okay. Ja, dann war's. Ah, und Steuerung? Nein. D. Nein. Nee, C ist jetzt genau. Okay? Guck zu wissen. Loll. Ja. Also, ich guckte ihn. Oh, ich guckte ihn. Ja. Zum Teufel mit dem herrlichen Geset! Oh, das sind keine Panzer, die Dinger. Ja, gut gemacht. Ich fahre mir direkt vor das Schlussbild. Einfach mal! Das ist ein Polo-Visier. Für die Sniper braucht man echt eine gute Framerate, und die habe ich hier teilweise nicht in solchen Gefechten. Kann ich mal versuchen zu fahren? Ja, gerne. Da muss ich jetzt gerade eh aussteigen. Wie ich immer automatisch oben einsteige, das kann nicht sein. Ja, da muss ich einfach vorne hingehen. Hier kommt niemals noch Sanctuary rein, hier Skeklecker! Oh, Moment! Ein Kammerjäger? Augenblick! Roland wird mitgerieben! So, raus! Ich werde ihn per Echo rufen! Danke so. Du bist also derjenige, von dem man so viele Meter hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Die planen weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erziehen mir das Corporal Rhys nicht... Moment, man steht wirklich mit der Maus rausgekehrt. Ist das? Bring Rhys nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders. Yay! Kann ich doch ein Raider sein. Roland hat dich kontaktiert? Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Vor allem... Ja und du? Tim Quest mag auch folgen, würde ich sagen. Komm, ich fahre dagegen. Er hat den Wurst gefolgt. Hey, das macht Spaß! Richtig, tschau. Vielleicht fassen wir das noch schlimmer als meine. Ich bin halt gewohnt, mit links und rechts zu steuern. Ja, was? Jau. Leute, ihr spricht Handsome Jack. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wie unser Erdbeben... Ah ja. Ist das echt so ein Bettmarker? Weiß nicht. Mit jeder Erschütterung kommen meine Bohrer der Cover näher. Au! Wieso blitz der? Das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Du bist fast da. Ja, Handjahr... ...können wir... ...und ruhig was treffen. Du kannst doch den MC-Modus zum Zielzocker werden. Ja, ich weiß. Trotzdem trifft er. Deswegen meine ich der Raketenwerfer, weil der Raketenwerfer was anderes trefft. Ja, ich kann den Teil sehr gut treffen. Ich kann die Raketen, obwohl ich da gar nicht suchen kann. Das ist viel geiler als das Maschinengewehr. Da liegt was. Du kannst deinen wieder fahren, ich bin mit dem Fahren nicht zufrieden in dem Spiel. Okay. Oh. Aber hier liegt was. Au. Nein, hier liegt es. Nein, hier liegt es. Nein, hier liegt es. Nein, hier liegt es. Sie ist ab! AAAAAAAAGH! Reese steckt in Schwierigkeiten? Mist, wir sind immerhin schon dünn gestreut. Finde ihn Soldat! Exakt was ist noch? Punkt? Ja ja Alter, diese drei Frames, die können ich hier ab, ne? Was ist die gerade einfach über die Arme? Ja, hab ich Oh shit Okay Was machst du mit deinem Fahrzeug? Bisschen wilden Kreis fahren, damit ich ja mich nicht erwischen Aha Boah, ich schieße gerade Soll ich direkt auf euch gerade vorab gehen Mit 10 Frames die Sekunde versuchen, was zu treffen Ah, Joga Was? Du hast gegen mich gefahren Ah Find ich nicht nett Wir müssen hier irgendwie durch, ne? Ist aber ein fetter Abgrund, ich würde dich aufpassen Mal schauen, ne, hier kommt man wahrscheinlich nicht durch Da kann man so zu Fuß durch Ja, okay Ich glaube wir müssen zu Fuß gehen, ich glaube das ist Zwang Ja Glaube ich auch, ich schau mal nach Na ja, da zu Fuß kommen aber sicher wird Okay, dann Mal aussteigen Ah, weil hier in Arena ist wieder, okay Was? Okay 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 Ich brauche Action, ja Umu, Arigata Whatever Hallo Verdammte Blatschatz, es sind zu viel Wenn mich jemand hört, ich brauche Hilfe Du bist ein Gangflas, Männer Whoa Oh 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 Das geht nicht einfach aus, das Ding. Was? Äh, hier, da, das andere Fahrzeug. Ah. Das ist ein vernünftiger Panzer, irgendwie. Ja, mal gewesen. Zumindest halb. Ich glaube, ein Kaktus, der Blitze macht. Crazy shit. So, da ist Westbereich. Tötereißangreifer. Leichter als das. Wow. Oh, da war das ein Kuss. Toph, toph, toph. Ja, das ist so ein Kuss. Ich bin so ein Kuss. Ich bin so ein Kuss. Ja. Ich bin so ein Kuss. Ja, geh mir auf. Ich bin so ein Kuss. Dann w Synpad das nicht. Ab und sterben. Sek gracias für die Runde. Vielen Dank. Ich bin leider nicht zuob. Ab was? Ja, hinten. Herr Kammerjäger! Hatte gar nicht gedacht, dass ich so wie Action werde? Genau so, Riefti! Einen dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgeraum. Ohne jedes Sanctuary wäre los. Lachen! Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde erst einmal pellen. Weckt mich, wenn ich nicht mehr auf meinem Dauer bin. Ja. Verreicht, okay. Sie sind tot? Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und er war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte es so gewollt. Wie es aussieht, hast du einen Gebietswegpunkt. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Doch such das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Mini-Karte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Was? Was? Geld. Was ist das für eine? Meine. Was? Die Damage machte. Was ist das für eine? Das ist für eine. Genug. Ok. Okay. Die. 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 Der. 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 Wir gehen weiter. Ich hab echt zu wenig Frames in diesen ganzen Kampfstellen. Ich hab auch hier schon zu wenig Frames. Oh, Moment. Nein, da kenne ich Schütze. Ich hab einen Medi-Kip gefunden! Du hast einen Medi-Kip gefunden. Ach da, okay. Was war das denn? Äh? Das war was? Irgendwas hier rumlassen, da ist gerade eine fette Strutsche hier vorne. Ja, und? Oh, Scheiß, was ist das denn? Alter, ich hab völlig Killer-Maschine.